Ihr habt's gewollt, Minecraft-Browser-Games, ich hab's nicht gewollt, egal, ich bin jetzt zu verdammt. Willkommen in der Welt von Schandtaten und schlecht abklatschen. Womit fangen wir denn heute an? Voxium. Okay. Soldier, los, ab in den Kampf. Bist du ein Bot? Hallo? Wie stechst du dich mit meiner Schaufel ab? Sag mir, ob du ein Bot bist? Ich weiß, ich hab noch andere Zeuge. Pfff! Also ich glaub, das ist nicht im normalen Minecraft drin. Das ist ein Goldapfel. Orangeberry. Ich sag, was für ein Goldapfel. Wow. Boah, der Baum hat sogar einen Fallanimation. Oh nein, da schießt er uns. Weg mit dir. Nein. Oh mein Gott. Killed bei Fatty Boy. What? Oh, wir können wieder Minecraft for free holen. Oh, tolle, äh, Pants-Werbung. Kniepolster-Tasche hat das sogar. Boah, cool. Stiefelhaken, boah, ist ja nice. Warum haben wir einmal Werbung überspringen und einmal Skip-Ad? Ich, äh, okay, okay. Crazy Games. And your name. Danny Boy. The Game will start. Okay, aber, was machen wir überhaupt? Go. Okay, hier ist der Schulleiter drin. Oh, hallo Herr Schulleiter. Kann ich irgendwas mit Ihnen machen? Oh, guck, ich sehe mich so komisch an. Oh, wir sehen eigentlich so komisch aus. Oh, Cantina. Ja, was haben wir hier dran? Ah, eine Münze. Ich habe die Toilette gefunden. Okay. Hä? In der Toilette? Es wird nicht nur eine Toilette. Hier kann man sich noch nicht mal die Hände waschen oder irgendwie. Oh mein Gott, wir haben ein Snack-Automat. Bei Soda? Ja, ich will Soda, bitte. You bought Soda. Cool. Suck it, you duck. Okay. Okay. Oh, warum sieht er so böse? Warum guckst du mich so böse an? Da verfolgt er mich jetzt. Der verfolgt mich wirklich. Was hat er? Was willst du? Okay, die gehen einfach durch die Türen. Oh, okay. Die gehen einfach durch die Türen. Okay. Ah, ich kriege schon wieder diese Werbung von dieser Hose. Yay, wir können einen Block hier abbauen oder so. Keine Ahnung. Ich muss jetzt wirklich 2500 mal auf diesen Block klicken, dass irgendwas passiert. Ah. Das ist einfach nur ein Minecraft-Cookie-Clicker. Aber irgendwie ist es spaßig. Oh, komm mal hier. Wir haben eine Blätterspitzhacke. Ich glaube, die gibt es aber nicht im wirklichen Minecraft. Oh, wir haben gleich genug abgebaut und... Oh, und, und, wir haben es gleich. Ist einfach nichts passiert. Irgendwie schon ein bisschen lame. Minecraft is back. Play it for free. Wo war der Minecraft, hä? Warum ist es jetzt erst back? Ja, ich glaube, ich download hier nicht mein Minecraft von dieser komischen Seite. Oh, es gibt User-Reviews. Wie soll ich Minecraft installieren? Ja, gar nicht auf dieser Seite hier. Bitte lasst mich Minecraft downloaden. Nein, die Seite kriegt keine Minecraft. Oh, ich kann nicht downloaden. Jetzt geht's... Ah. The best game in the world. I love Minecraft. Ausrufezeichen, 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 Ausrufezeichen. Ah, länger als die Box sogar. Kennt ihr schon die neueste Kooperation? Minecraft Super Mario Edition. Cool. Schön, dass man das auch nicht Vollbild machen kann. Okay, nice. Dann zume ich für euch ein bisschen ran. Oh, ich bin eh im Creative Mode. Hier, ich kann rumfliegen. Ja, oh, eine Feuerblume. Oh. Ja, okay, Feuerblumen. Ein bisschen vielleicht Mario-Textur, aber sonst nicht, was das mit Super Mario zu tun hat. Sind das Coin-Löcke? Ach, keine Ahnung. Ich verstehe auch keinerlei nicht, in welchem Game-Modus wir gerade sind. Wir können zufrieden, aber haben kein unendliches Inventar. Also ist es so eine Mischung aus Survival und Creative irgendwie. Ah, ich baue mir jetzt ein Haus. Tadaa, mein tolles Haus. Ist cool, ne? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Das ist genau dasselbe Spiel, wie gerade hat mit Mario. Nur andere Texturen. Das ist genau dasselbe. Das ist ja eine richtige Verarsche. Das ist eins zu eins dasselbe. Sogar dieselbe Map. Hm? Verarsche. Enter your name. Dann... Nie. Theme Park. Was? Müssen wir jetzt einen Theme Park bauen? Ah, ist das Master Builders jetzt oder was? Okay, ich glaube, wir spielen jetzt gerade Master Builders. Okay, hier ein bisschen grün. So. Oh mein Gott, da ist ein anderer. Ist das ein echter Spieler? Oder ist das einfach nur ein Bot? Hallo? Hallo? Oh mein Gott, hier sind auch immer noch mehr. Okay, dann spielen wir jetzt Master Builders im Browser. Wir bauen jetzt einen Park. Oh, man kann sogar sein Ansicht dazwischen. Das sieht sogar wirklich ein bisschen aus wie ein Minecraft-Skin-Loll. Der Shop? Warum gibt es denn jetzt hier einen Shop? Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie hoch kann man bitte springen? Oh mein Gott. Ah, ich möchte bitte einen Baum bauen. Okay, drei Blöcke kann man hochspringen? Nice. Ich brauche hier den wunderschönsten Baum, den man je gesehen hat. Oh mein Gott. Hä? Wie habe ich das denn jetzt gemacht? Oh mein Gott. Man kann ganz oft einfach Leertaste drücken. Man kann in der Luft springen. Man braucht keinen Boden, um zu springen. Das ist zwar kein Flieg-Modus, aber wir können einfach in der Luft springen. Nice. Was ist jetzt los? Oh, Werbung. Hier wäre ich nicht gerade in der Masterbill. Das Runde bin nice. Also ich finde, unser Park ist sehr schön geworden. Ja. Ah, was geht los? Voting. Okay. Wir sollten einen Park bauen, ne? Ja, hier ist ich ein Zilt. Und... Okay, das war sehr schnell. Voting on Hacker. Das ist kein Park. Das kriegst ein... Nicht Legendary. Pup. Soll das... Das ist Sonic. Legendary. Hier, meins. Danny. Hier, Legendary. Oh, ich kann für mich selber bauten. Ja, dann nehme ich natürlich Legendary. Ja, nee, da sehe ich jetzt keinen Park. Das ist auch kein Park, nee. Bin ich der Einzige, der das Thema überhaupt verstanden hat? Das sieht überhaupt nicht wie ein Park aus, nein. Hier ist einfach gar nichts gebaut. Ja, nice. Ich bin Second. Hallo? Ja, okay, hier habe ich am nächsten eine Wippe und ein Zelt. Okay, okay, das ist ein besserer Park als mein. Okay, kann ich exultieren. Das war eigentlich gar nicht mal so ein schlechtes Spiel. Also, schon schlecht irgendwie, aber... Ja, nee, okay, das war schon schlecht. Außer Beschreibung von Browser-Spielen sind auch immer sehr, sehr schön. Minecraft-Spiele auf Spiele-Affe, das sind spannende Minecraft-Spiele in Nien und Stollen und vielfältiger Spielspaß in der pixigen Minecraft-Spiele-Optik des Spiele-Hits-Minecraft. Da braucht ihr jemand aber ganz schön viel Text. Enter World. Was ist denn das überhaupt hier für Texturen? Was ist das für ein Biom? Das sieht irgendwie sehr trostlos hier aus. Okay, was haben wir so als Stadien? Fackeln? Einfach einen Wasserblock haben wir hier. Nice. Oh, was ist das hier? Wir bekommen Erfahrung, wenn wir einfach nur Blöcke abbauen. Really? Ist ja lame. Was ist das da für 20 Mal? Sind das Schienen oder was? Okay, das wurde jetzt sehr schnell Nacht. Warum ist das jetzt Nacht? Komm, jetzt Monster. Also, das ist schon ein fancy Texture-Pack. Guck mal, wie hoch auf Blödsinn dieses Gras ist. Oh ja, ein bisschen Mining gehen in den Höhlen hier. Ist ja wie in 1.8, so eine coole Höhle. Ich krabbe hier einfach ein bisschen Bedrock. Mal gucken, ob es überhaupt Bedrock gibt. 2.000 Jahre später. Really, ich kann springen, gleichzeitig unter mir ein Blöcke abbauen, dann kriege ich Schaden. Ich habe kein Herz mehr. Warum lebe ich noch? Ich bin einfach unsterblich. 2.000 Jahre später. Ja, also ich habe kein Herz mehr. Ich bin auf, keine Ahnung, minus 500 jetzt irgendwie. Ich habe das Gefühl, die Welt geht unendlich weiter nach unten. 2.000 Jahre später. 3.000 Jahre später.